Hallöchen voll und herzlich willkommen zu den Fels von der Bewerbung für das wunderschöne Format der Raze Staffel 2 Dave, the Raze, warte mal, Wildcard? Ich habe ein Zickel. Hey du, ja genau du. Hast du eigentlich schon den Kanal abonniert? Hast du eigentlich das Video schon geliked, was du gerade siehst? Hast du denn einen Kommentar geschrieben? Nein? Dann mach doch das mal. Das wär mal lieb. Hallo? Ich will doch auch mal wissen, wer du bist. Habt noch einen schönen Tag und Spaß noch mit dem Video. Erstmal für die Leute, die mich jetzt gerade gar nicht kennen und denken gerade so, Alpha Daniel 00 und Daniel, der letzte Daniel hat gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich abschneiden würde, weil von Marokko nach Deutschland ist schon eine ordentliche Sache. Aber ich denke mir so, ausprobieren. Ich zeige euch mal ein paar Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, wie was ich schon gelaufen bin. Und ja, wir sehen uns gleich. So Freunde, kein Plan, wie lange das jetzt noch gehen kann, weil 90 Sekunden sind maximal. Ich versuche gerade einen POV-Shot zu machen mit einer Riesenkamera, also mit einer Sony ZV-E10. Es geht nicht so ausprobieren. Aber hey, kriegt man schon hier um Ende. Ich hätte schon Lust, hier давайте B muss man also diesen kleinen Teiche, von... Nichts reichen und wenn es gerade eine Schönees capable, Papakomobobobobopopopop Hari. Hallöchen Freunde, wieder mal! So, ihr denkt euch jetzt bestimmt, Hä? Du hast doch schon ein Opening gemacht. Ja, ich weiß, Freunde. aber jetzt bin ich gerade zu hause in meinem zimmer wieder und ich sag ganz ehrlich zu euch es sieht gerade grottenvoll aus grottenschlecht aus ich lasse gleich wieder das video zurück rein und deswegen heißt es will mich gerade nur zeigen warum es keine videos kommt wird witzig für mich ich drehe mal die kamera so hier alles vollgestellt ich muss noch hier die ganze zeit aufräumen hier sind verschiedene sachen noch gewahrte sachen noch die ich aufräumen möchte und ein schönes studio hier ausfahren ist ein bisschen schwer ja hier ist eine schöne maske aber ganz ehrlich freunde dauert noch ein bisschen und deswegen sage ich euch wie es ist leute und freunde mit dem let's play von detroit bekommen human und zu dem guten teil so kommt auch wieder aber alles bitte zeit freunde am ende kommt noch ein kleines statement beziehungsweise infoteil könnt ihr ansehen würde ich gerne mich freuen und wir hören uns so freunde wie versprochen und wie angekündigt hier ist eine real talk video nenne ich das jetzt mal am ende noch ganz ehrlich es ist sehr viel die letzten wochen passiert wir auch was still aber jetzt kommt eine kleine challenge ins spiel für mich persönlich privat was ich aufgelegt habe und zwar ein ganzes jahr lang also ab heute mittwoch den 2 oktober 2024 jeden mittwoch um 18 uhr ein youtube video hochzuladen ja ich weiß nicht ob es jetzt immer ein vlog wird oder ein gaming video wird wird immer was unterschiedliches sein aber ich hoffe weil es wird euch gefallen und ja es blendet mich ein bisschen hier oben ist die sonne die blendet gerade ein bisschen aber ganz egal wir probieren was aus das beste rauszuholen und ich sagte euch mal so wie es ist diese challenge freue ich mich mittwoch 18 uhr weil ich dachte so ist eine angenehme uhrzeit eine schöne uhrzeit und ja freunde mir jetzt gefreut wenn ihr einfach euch mal sagt wer seid schreibt einfach mal in die kommentaren kleinen satz hallo ich bin paul 18 und bildet seit jahren dabei oder wochen dabei würde mich freuen und habt noch einen schönen tag und danke fürs zuschauen ich bin